Jeder weiß, was gegen Geister hilft. Aber wer weiß schon, wie man Monster besiegt. Wir sind das Monster Squad. Was soll das sein? So was ähnliches wie Mami weiß. Sie sind jung und haben keine Erfahrung. Kennst du eine Jungfrau? Die Organisation klappt auch noch nicht so gut. Monster, die gibt's nicht. Das wissen wir nicht, Sir. 2000 Jahre alte Leichen stehen nicht auf und spazieren einfach so davon. Aber wenn solche Dinge dennoch passieren... Da ist ein Monster in meinem Wandschrank. Sieh dir dieses wahnsinns Riesenmonster an. Was ist passiert? Wie tötet man einen Wehrwolf? Mit Silber in den Kugeln. Sie sind die einzigen, die wissen, worauf es ankommt. Sie laufen draußen rum und töten Menschen. Sie sind Monster. Wir müssen dringend was gegen sie unternehmen. Ihr werdet mir nicht in den Äquera kommen. Verlasst euch drauf. Richtige Monster. Wir. Um Mitternacht, das Ende der Welt. Ist dir das lieber? Vielleicht sollten wir doch lieber Matheaufgaben lösen, weißt du? Oder Vögel sammeln. Zentrale, wir brauchen Verstärkung. Schnell, behalt euch. Wir könnten die Natur erkunden. Das Buch hat recht. Es stimmt alles, was darin steht. Um Mitternacht... Sie sind noch so jung, aber trotzdem so stark. Jetzt rind ich mir die Eier! Nein, schon, nein! Mach so, mach so! Monsterbusters. Wusstest du, dass ein Wehrwolf Eier hat? Banonisch! nanter�들! Ja, 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 ja! Ja, ja!